Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich habe hier einen 20 Unzen Tumbler und den habe ich schon vorbereitet und mit Klebeband oben und unten etwas abgeklebt, um saubere Ränder zu haben. Und jetzt mische ich mir ein bisschen Farbe. Und zwar, wir haben ja hier in Deutschland kein Glitzerkleber mit Farbe und Primer, so wie das in Amerika die Colorflex-Paints haben. Deswegen mische ich mir das so ein bisschen selber. Ich nehme zwei verschiedene Rottöne und mische mir da ein bisschen Polycrylic rein oder Polyurethan und ein bisschen Tacket. Also ich mache mir sozusagen meinen eigenen Primer, Farbe und Kleber. So, today, I already have my prepped 20 Unz Tumbler and, well, we don't have Colorflex-Paints. These paints from Artistry Epoxy, they are a primer color and glitter glue just in one step. We don't have that. So, I just try to, well, kind of rearrange my colors, replicate glitter paint, glitter glue primer paint. And I just take some acrylic paint, I mix in some polyurethan or polyacrylic, something like that, and some Tacket. Just to try, if I get a similar effect. Well, it works, it works. So, I just take some red acrylic paint, some dark red, kind of a wine color, some polyacrylic and some Tacket, mix it all together. And then I will just paint my Tumbler and apply my glitter. Also ich habe mir, wie ihr gesehen habt, ein normales Rot. Ich habe von Atheza die Farben. Normales Rot, so ein Weinrot, ein bisschen Polyurethan und ein bisschen Tacket gemischt. Nehme mir jetzt meinen Make-up-Pinsel. Diese Pinsel sind übrigens, oder dieser Pinsel ist von DM. Das ist ein Rouge-Pinsel und der ist halt mega fluffig und damit kann man sehr schön streifenfrei Farbe auftragen. Also, da eine ordentliche Schicht drauf und dann kommen wir zum Glitzer. Meine Schicht, die ich mache, ist übrigens relativ dick, also nicht zu dick, dass sie klumpt, aber schon so, dass mir nicht alles direkt weg trocknet und ich also wirklich eine schöne Oberfläche habe. I apply kind of a decent amount of paint. I don't want to have it too thin. I want my glitter to have something to stick on. So my coat is kind of a decent amount, not gloopy, not streaky or something. So, yeah, now we can apply the glitter. I cannot talk today. I'm sorry. Apply the glitter. My glitter today is from Dippon. It's Holographic Apple Red. This glitter is just a gorgeous, sparkly red. And basically, it's perfect for the Tacket method, because if you rub it down, it gives this holographic red effect. I don't do this in this video, but I really have to try this in another one, because this glitter is just gorgeous. Mein Glitzer heute ist von Dippon Holographic Apple Red. Das mache ich jetzt quasi auf meine noch nasse Farbe. Und das ist ein super funkelndes Rot. Das ist eigentlich perfekt für Tacket. Wenn man das nämlich glatt reibt, wird das so richtig holographisch. Das mache ich jetzt hier in diesem Video nicht. Jetzt möchte ich einfach nur ein schönes glitzerndes Rot und nicht dieses total holographische. Muss ich aber irgendwann ausprobieren, weil der Glitzer ist echt mega, mega schön. Nachdem ich alles schön beglitzert habe, ziehe ich da auch direkt das Klebeband ab, dass meine Ränder sauber sind. Ich wollte diesmal oben und unten einen silbernen Rand haben. Deswegen habe ich das abgeklebt. Müsst ihr natürlich nicht machen. Solange das Ganze jetzt noch halbwegs frisch ist, ziehe ich das Klebeband jetzt schon mal runter. Und dann lasse ich das Ganze, ja, einfach mal gut trocknen. Zwei Stunden, eine Stunde. Also auf jeden Fall habe ich es erstmal stehen lassen. Ja, while the paint is still wet, I just remove my electrical tape. And then, yeah, again, we have to wait and I let the paint dry. And I don't know how long, maybe one hour, two hour. Well, at least until it's dry. Danach habe ich den Glitzer noch einmal ein bisschen versiegelt. Ihr könnt hier Polyurethan nehmen, ihr könnt Klarlack nehmen, was immer ihr halt da habt. Auf jeden Fall einmal versiegeln, dass euch der Glitzer, nicht der Kleber, schön hält. Und dann mache ich zwei Schichten Harz drauf, zwei dünne Schichten, dass das Ganze schön glatt ist. Und dann geht's zum nächsten Schritt. So, after everything has dried, I went in and sealed my Glitzer. You can use a quick seal, a quick coat, polyurethan, whatever you have. Glitter glue, glue, glue. Sorry, I can't talk today. Glitter, glue, whatever you have on hand. And I applied two coats of epoxy until smooth and then we can move on to the next step. I found these flowers on Creative Fabrica, printed them on my vinyl and cut them out with my... I don't have a cricket, I have a brother. Cut them out and now we can apply the flowers. Ich habe mir hier diese Blumen ausgedruckt auf diesem Printable Vinyl, auf diesem bedruckbaren Vinyl, auf dieser Folie. Habe das Ganze einmal durch den Plotter gejagt, dass mir der Plotter das Ganze ausschneidet. Und den Becher, wie gesagt, habe ich zweimal Harz aufgetragen, dass das Ganze schön glatt ist, wenn irgendwo Unebenheiten sind, wenn der Glitzer irgendwo noch ein bisschen rauspiekt. Einmal gerade ein bisschen glatt schleifen, damit ihr eine schöne glatte Oberfläche habt. Und jetzt nehme ich die Blume und klebe die auf. So, an dieser Stelle sei gesagt, es gibt einen Kanal auf YouTube, den ich total gerne mag, Brittany Barnes Boutique, oder Brittany Barnes Boutique, Brittany geschrieben. Und die macht superschöne Blumendesigns. Und in Amerika gibt es ja ganz oft auch diese Rub-on-Transfers, diese, das sind so Aufkleber sozusagen, die man draufklebt, dann rubbelt man die sozusagen, dann lösen die sich von dieser Folie, von dieser Trägerfolie. Und die sind total toll. In Amerika gibt es da echt super viele schöne Dinge. Haben wir hier nicht. Auf jeden Fall finde ich ihre Sachen mit den Blumen so toll. Und ja, wollte unbedingt diesen roten Glitzer ausprobieren von Dippon und dazu Blumen machen. Also sehr inspiriert von ihr habe ich mir diese Blumen ausgedruckt. Bringe da aber noch so ein bisschen meinen eigenen Twist mit rein und verschöne die nachher noch etwas. So, these flowers, well, now I have to say, I'm completely inspired by Brittany Barnes Boutique. I love her channel, I love her tutorials. And she always, or oftentimes, she uses like rub-on transfers with flowers, printed flowers. And I just love this. It looks so like elegant and yeah, I just love it. So, I thought I print out these flowers, cut them and then I apply them onto my Tumblr. So, I love it. Ich stelle übrigens gerade beim Bearbeiten des Videos fest, dass mir ein Teil fehlt. Und zwar seht ihr jetzt auf diesem Becher diesen Kreis und Blumen with Grace. Und ja, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich das nicht gefilmt habe. Aber das habt ihr ja schon in anderen Videos gesehen. Ich habe mir mit meinem Cricket bzw. Brother Plotter diese Kreise gemacht und habe mir dieses Blumen with Grace als Offset gemacht. Die Vinylfolie, die ich genommen habe, ist von Tech Wrap Craft. Die haben wirklich total tolle Folien, die sind echt schön. Da habe ich dieses Metallic genommen und habe mir mit einem cremefarbenen Vinyl sozusagen diesen Schriftzug gemacht, aufgeklebt. Und jetzt mache ich gerade noch die letzten Blumen drauf. So, ja, while editing this video, I just realized that I forgot to film the part where I applied my Vinyl. The Vinyl I'm using is from Tech Wrap Craft. And I just made those four circles and replaced them or repositioned them. And my little quote, Blumen with Grace, I made an Offset. And I used this holographic vinyl from Tech Wrap Craft. And also some, it's more like a vanilla white cream colored vinyl for my quote. I applied the vinyl and then I just add the rest of the flowers. There are always some little pieces, as you can see, left and I apply them just by hand, place them and then we can move on and seal our vinyl. And, ja, the vinyl. Ich klebe jetzt noch diese kleinen Stückchen, die schneidet der Plotter immer noch separat aus. Der kann solche kleinen Blumenstängel und so nicht schneiden. Die platziere ich gerade bei Hand. Dann sind wir damit fertig. Dann versiegele ich das Ganze noch einmal und dann geht's weiter. Ich versiege übrigens meine ausgedruckte Vinylfolie immer. Einfach vorsichtshalber, damit nichts passiert. Lieber einen Schritt mehr, als dass nachher irgendwas schief geht. Und die Metallic Folien sowieso, weil die lösen sich ganz gerne unter Harz und, ja, dann hat man irgendwie eine Delle drin oder das Harz zieht sich davon zurück. Deswegen versiegele ich das. Ihr könnt sowas immer mit Polyurethan machen. Ich habe in der Beschreibungsbox, ich kann heute nicht reden, es tut mir total leid. Und in der Beschreibungsbox, oh mein Gott, habe ich mein Amazon Storefront verlinkt und da findet ihr das Polyurethan, das habe ich da reingepackt. Das ist toll, um Folien und diese Vinylfolien, bedruckbare Folien, Wasserschiebefolien, was auch immer, zu versiegeln. So now I'm just sealing my printable vinyl and my metallic vinyl and then I will apply another coat of epoxy until smooth and we can move on to the next step. Also, einmal gerade versiegeln, dann mache ich wieder Harz drauf, bis das Ganze schön glatt ist und dann geht's zum nächsten Schritt. So now I'm just going to start. Für den nächsten Schritt habe ich mir gedacht, ich nehme meinen Posca Pen in diesem Vanilleton, also so einen Cremeton, Ivory, und damit male ich mir jetzt die Blumen nach. So sieht es auch schön aus, aber man sieht halt schon sehr, dass die gedruckt sind und dementsprechend dachte ich, ich bringe da ein bisschen mehr Tiefe rein, nehme meinen Stift und umrande jetzt quasi alle Blumenblätter, mache da in der Mitte, wie ihr sehen könnt, ein paar Blüten rein. Ja, und das mache ich einmal quer um den Tumbler rum. So, I have my Ivory Posca Pen and I thought, just to give the whole thing a little bit more Dimension, I will just outline every flower, every leaf, everything, draw some petals and just, yeah, make it more 3D. And that's what we're doing right here. And after that I let the Posca Pen dry, apply another coat of epoxy and this baby is done. Also, das Ganze einmal ummalt, dann schön trocknen lassen, dann nochmal Harz drauf und der gute Becher ist fertig. Da dieses ganze Malen schon zeitintensiv ist, das braucht ein bisschen, lasse ich euch jetzt hier nicht noch 5 Minuten malen gucken. Ihr seht das Prinzip und deswegen zeige ich euch gleich den fertigen Tumbler. So, I don't let you watch the whole process because it's basically the same. I just draw the petals, the flowers, everything. And, yeah, I will just cut the video, this part here and I will show you the video. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen, vielleicht euch auch ein bisschen inspiriert. Hinterlasst mir wie immer gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Damit würdet ihr meinem Kanal natürlich unheimlich helfen zu wachsen, da wäre ich euch ganz, ganz dankbar für. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, I hope you liked the result. I hope you liked this little tutorial. And, yeah, just leave me a thumbs up, subscribe to my channel. I really appreciate every single one of you. And subscribing to my channel would really help me grow and, yeah, just show my videos to more people. So, thank you in advance for subscribing and hitting the thumbs up. And I will see you in the next video. Also, ihr Lieben, habt einen ganz tollen zweiten Advent morgen. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video.